Hallo? Ey Mo, was geht ab? Wie geht's dir? Ja, alles gut. Und wie geht's dir, Ahmad? Auch, auch. Digi, ich wollte dich mal was fragen. Kannst du mir Geld leihen? Ich bräuchte so zwei Mille. Muss meine Raten abbezahlen. Das Geld bekommst du auch wieder. Bruder, sorry, aber ich kann dir kein Geld mehr geben. Dein Ball ist bis jetzt nie eingetroffen. Und außerdem habe ich dir doch tausendmal gesagt, du sollst dir nicht etwas holen, was du dir nicht leisten kannst. Guck, jetzt steckst du in der Scheiße. Dein unbändiger Wunsch nach Reichtum, Ruhm und Respekt hat dich blind gemacht. Du hast Wege beschritten, von denen du dir geschworen hast, sie niemals zu gehen. Mit dem Haus, dem Auto und den Klamotten wolltest du Menschen glauben lassen, etwas Besonderes zu sein. Gekrümmt und bettelnd hast du an die Tür der Bankenlobby geklopft. Für deine niederen Gelüste hast du Zinsen genommen und deine Seele verkauft. Jetzt bist du ein Niemand, eine Nummer, ein Sklave, der einfach nur funktionieren soll, ohne jegliche Selbstbestimmung und Entscheidungskraft. Erkennst du nicht die Ironie? Du hast dir Freiheit und Ansehen gewünscht, doch hat man dich in Ketten gelegt. Du hast keine Luft mehr zum Atmen, weil du ein Pakt mit dem Teufel eingegangen bist. Es sprach der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt 72 Arten vom Zins und die schwächste Form ist wie ein Mann, der Inzest mit seiner Mutter begeht. Die Equality sind die Dialog im Köln. 1 1 2 1 4